Herzlich willkommen in der Tierarztpraxis Dr. Fuhlmann. Hier erwartet Sie ein einmaliges Angebot rund ums Tier. Bei der Behandlung von Krankheiten wenden wir sowohl die klassische Schulmedizin als auch alternative Heilmethoden an. Daraus ergibt sich die richtige Kombination für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Haustieres. Wir nehmen uns die Zeit, alle unsere Kunden ausführlich zu beraten. Unser Labor hilft uns, Probleme und Erkrankungen an Organen frühzeitig festzustellen. Durch interne Schulungen gibt es in unserem Team einen ständigen Optimierungsprozess. In unserem Pet Shop finden Sie hochwertiges Futter und jede Menge Zubehör und Spielzeug für Hunde und Katzen. Um das Wohlbefinden Ihres Hundes kümmert sich auch unser Hundefriseur. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Team von der Tierarztpraxis Dr. Fuhlmann